A, B, C, D ist ein Tetraeder, in dem man die Schwerpunkte der A und B gegenüberliegenden Seiten jeweils mit A' und B' bezeichnet. Die Seite, die dem Punkt A gegenüberliegt, das ist diese Seite B, C, D. Der Schwerpunkt von diesem Dreieck B, C, D, der wird hier A' genannt. Dem Punkt B gegenüberliegt die Seite A, C, D und der Schwerpunkt von diesem Dreieck A, C, D wird hier B' genannt. Wir sollen beweisen, dass diese zwei Vektoren A' B' und AB kolinear sind. Beginnen wir mit dem Mittelpunkt dieser Kante C, D und nennen den M. Wir werden jetzt diesen Quervektor A' B' zerlegen in Vektor A' M plus Vektor M' B', also so. A' M, A' M, das ist aber genau ein Drittel von B' M, weil A' ja Schwerpunkt des Dreiecks B, C, D ist. Und der Vektor M' B', das ist genau ein Drittel vom Vektor M' A, wiederum, weil B' ja der Schwerpunkt von diesem Dreieck A, C, D ist. Also können wir A' M' ersetzen durch ein Drittel mal Vektor B' M und M' B' ersetzen durch ein Drittel mal Vektor M' A. In dieser Summe können wir die Zahl ein Drittel ausklammern und zwischen Klammern bleibt die Summe zweier aufeinanderfolgenden Vektoren. Diese Summe ergibt dann Vektor B' A und der Vektor B' A ist genau das Entgegengesetzte vom Vektor A' B'. Somit haben wir also herausgefunden, dass dieser Vektor A' B' minus ein Drittel vom Vektor A' B' ist. Oder auch der Vektor A' B' ist minus das Dreifache vom Vektor A' B'. Somit ist einer der Vektoren vielfacher des anderen, also sind die beiden Vektoren kolinear und der Auftrag ist schon erledigt. bis zum Vektor A zum Vektor A' B' Vielen Dank.